Und wie habe ich das Gefühl, dass das hier eine Falle ist? Was ist das hier, ein Räucherbruder? Warum alle erschossen? So, bevor wir loslegen... Ach... Mit wem spreche ich, hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich. Sei zivilisiert. Lass uns was essen. Doch... Das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßst hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Pforte? Ah... Bleib hier. Genieß das Grabenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun... Wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hört, der nicht wartet, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing, Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder... Du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter zusammen. zusammen. Nein, Paragan. So einfach. Oder? Ich weiß es nicht. Essen wir mit ihm. Nun. Wen hast du getötet? Hm? Was am Mieter? Zabal? Es ist im Grunde egal. Ich weiß es ja. Ich will es nur von dir hören. Fick dich. Meine Güte Junge, du hast nicht mal geblinzelt. Ha. Aber... Du weißt schon, dass du... damit dein Land aufgegeben hast. Oder? Es ist deins. Es war immer deins. Kürat gehört dir. Ich habe dich aus dem Bus geholt, um es dir zu übergeben. Du kannst es dir wohl zurücknehmen. Das hast du schon fast. Einer tot, einer übrig. Nicht, dass ich dich auf Ideen bringen will. Aber immerhin wissen wir nun... dass du hast, was man dafür braucht. Also. Wozu es noch länger aufschieben? Danke. Und vergiss deine Mutter nicht. Du weißt, dass diese Urne... für alles steht, was vom alten AJ übrig ist. Dem AJ vor, Kürat. Wenn du die Asche verstreust, ist jede Bindung an dein früheres Leben... verloren. Und was passiert dann? Ja, ich schätze, du könntest tun, was ich tat, als Mohan Lakshmana tötete. Oh, das wusstest du gar nicht, oder? Ja, er tötete deine Halbschwester und danach tötete deine Mutter ihn. Ich machte nur da weiter, wo sie aufgehört hat. Ich habe so viele getötet für sie. Doch dann erkannte ich, dass Lakshmanas Tod nur ein Vorwand für mich war, um all das zu tun, was ich tun wollte. Genau wie die Asche für dich, nur ein Vorwand ist all das zu tun, was du tun willst. Und Gott weiß, dass es Spaß macht. Na, du hast es geschafft. Weißt du, das erste und einzige Mal, als ich hier war, kam ich als gesunder Mann und ging hinaus. Dann wären wir wohl... Uh, hier ist noch ein Tagebuch. Unsere Halbschwester Lakshmana, kein Tempel oder sonst was, nein. Lakshmana ist einfach nur unsere Halbschwester. Und ich würde sagen, ich zögere nicht lange rum und setze unsere Mutter bei. Nein, er kommt uns, das darf nicht passieren. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, AJ. Ich gebe dir Kür ab. Aber ich behalte den Helikon. Nix da, Pagan. Der König ist tot. Allah. Ende. Und ein unglaubliches, nerviges Geräusch. So, okay, jetzt ist es weg. Und damit haben wir das Spiel erledigt. Wir sind durch. Ich mag dir das Lied. Oh Mann, oh Mann. Alter, was für eine lange 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 Reise. Vor allem dieser Vogel, der war das Schlimmste überhaupt. Gut, nachdem ich es dann so überraschend schnell geschafft habe, war der eigentlich nicht so schwer. Aber die Übung davor ist, naja, grauenvoll. Ich habe teilweise überlegt, ob ich einfach ganz aufhöre mit der Aufnahme. Aber dann dachte ich mir so, nee, das machst du heute noch zu Ende. Und so ist es dann auch passiert. Im Hintergrund laufen wie so immer diese Credits durch. Wenn ihr euch die natürlich alle angucken wollt, dann tut euch keinen Zwang an, die jetzt hier vorzulesen. So schnell kann ich das gar nicht. Deswegen ist es eher unmöglich, würde ich sagen. Lied Gameplay-Programma. Ich will nur wissen, wer dafür verantwortlich war mit diesem Shangri-La-Boss. Der Typ hat mir alle Tassen im Schrank gehabt, dass sie ein bisschen anders gestalten. Ich weiß auch nicht, wie lange jetzt natürlich diese ganzen Credits hier sind. Ich glaube, ich lasse einfach mal ein bisschen laufen. Und dann ist die Musik. Das Spannende! Was für mich mit dem Pferd? Sto Bin dez darmer als Apfel? Nachdem Leand mit dem Pferd? Ja, 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 ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Und das wollte ich dem Kind natürlich auch nicht antun. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Ich glaube, weder der eine noch der andere ist ein perfekter Anführer. Beziehungsweise Anführerin. Aber ich glaube, letzten Endes haben wir alles so gemacht, dass wir irgendwie damit leben können. Beziehungsweise ich habe es so gemacht. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, euch hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser funnelt. Far Cry 3 oder 4. Ich muss persönlich sagen, Far Cry 4 hat sehr viele tolle Sachen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie Far Cry 3 war genauso geil. Ich weiß nicht genau, was ich besser finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht, wenn man mal jetzt von den Nebenmissionen her guckt, würde ich sagen, war definitiv Far Cry 3 besser. Aus dem einfachen Grund, man hatte da so coole Sachen mit diesem Bunker und so. Hast du hier natürlich etwas weniger. Klar, du hast sehr viele Nebenmissionen, nicht nur Herc, sondern auch hier Yogi und Regi, die ich persönlich ein bisschen merkwürdig fand, aber gut. Du hast Yogi und Regi, du hast, keine Ahnung, hier diesen Willis hattest du, das Long Minus gehabt. Das war echt super. Das ist auch auf jeden Fall ein Schlusspunkt für Far Cry 4 gewesen. Aber ich muss nach wie vor sagen, das mit dem Bunkern war das Geilste. Diese kleinen Missionen, wie diese ganzen Rennen und so, die haben mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert. Die habe ich auch nur gemacht, weil ich sie machen musste. Gebe ich auch ganz offen zu. Die fand ich eher weniger toll. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass das eher langweilig ist und deswegen machen auch viele andere das wohl nicht. Aber gut, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir nochmal ein bisschen die Musik spielen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen die Musik spielen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen die Musik spielen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen die Musik spielen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen die Musik spielen. Ja, das war auch ein lustiges Lied. So ein bisschen was Indisches ist ja auch mal was ganz Nettes. Jetzt haben wir vermutlich wieder etwas ruhigeres. Die Credits gehen ja auch eine gefühlte Ewigkeit. Es ist auch echt unglaublich, wenn man sich das mal so anguckt, wie viele verschiedene Leute überhaupt in einem so einem Spiel mittlerweile angebunden sind. Früher gab es ja viel weniger Leute. Mittlerweile kannst du fast schon eigene Folgen machen nur für die Credits, weil die einfach so unglaublich lange gehen. Das ist echt krass auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Also das ist echt gut ab. Da sind so viele Menschen mittlerweile dran beteiligt. Das ist echt unglaublich. Glaubt man eigentlich gar nicht. Vor allem dann wirken auch solche Sachen wie solche Ein-Mann-Projekte, die wirken schon fast unreal. Also jetzt nicht hier die Engine, sondern wirklich unwirklich. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist schon echt... Ich weiß nicht, was hatten wir denn? Wir hatten zum Beispiel Minecraft. Das hat doch irgendwie... Also jetzt nicht direkt als Ein-Mann-Projekt, glaube ich, unbedingt angefangen, aber auf jeden Fall mit einem recht kleinen Team, woraus dann aber doch einiges geworden ist. Es geht natürlich auch manchmal nach hinten los, wie beispielsweise bei Starforge, wenn ich mich nicht ganz irre. Da war es ja so, dass irgendwie alles nach hinten losgegangen ist. Man hat sich so viel vorgenommen, wollte so viel machen. Aber dann ist leider herzlich wenig draus geworden. Man hat hier und da noch was hinzugefügt und dann war leider Schluss. Man ist ja in Bugs wohl nicht mehr her geworden. Zumindest ist das mein letzter Stand. Ich glaube, da gibt es auch keinen aktuelleren momentan leider. Habe ich ehrlich gesagt sehr gerne gespielt, so privat, aber ist wohl leider nicht viel draus geworden, wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall hier ein sehr beruhigender Track für alle Leute, die jetzt natürlich noch hier auf 180 sind. Einfach weil das Spiel vorbei ist. Es ist Aufregung und wow und du äh. Und hast du nicht gesehen und deswegen ein bisschen Beruhigung. Hey, passend. Ja, guck mal. Endlich läuft es mal. So, hier sind wir mittlerweile bei dem Uplay-Zeug. Apropos Uplay, da kommen wir eigentlich schon wieder auf das Thema, äh, äh, von wegen jedes Spiel oder jedes, äh, Studio hat inzwischen schon die eigene Plattform. Also es gab ja eigentlich, soweit ich weiß, die längste Zeit immer einfach nur Steam. Und, ähm, ich glaube kurz danach, oder was heißt kurz danach, irgendwann kam dann mal Origin. Das war aber sehr, sehr unbekannt. Und ich glaube so um die Zeiten von Crysis 2 herum wurde das mal, äh, äh, langsam bekannter, glaube ich. Aber, wenn man ganz ehrlich ist, die meisten Leute benutzen eigentlich, wenn überhaupt, nur Steam. Und ich verstehe auch wirklich, ich, ernsthaft, ich verstehe nicht, warum irgendwelche Studios den Spielern aufzwingen, eigene, äh, ähm, Studio-Verkaufsplattformen, nenne ich das jetzt einfach mal, auf den Rechner installieren zu lassen, obwohl die das nicht wollen und nicht brauchen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wer von den Leuten, jetzt zum Beispiel Far Cry 4, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, das nicht mehr zu spielen, dann hat sich das mit Uplay erledigt. Weil Uplay brauche ich nur für Far Cry. Für alles andere brauche ich es einfach nicht. Ich finde diese Plattform total unnötig. Genauso wie Origin. Origin ist sogar noch schlimmer. Bei Origin hast du gerne mal das Problem, dass einfach Origin nicht funktioniert. Und dann kannst du natürlich auch nicht spielen, weil Origin nicht laufen kann. Und sowas geht überhaupt nicht. Also, ich meine, ich hab, ich bin da wirklich echt tolerant, was sowas angeht, ne? Ich meine, wenn mir jetzt jemand sowas aufzwingt, sage ich, gut, dann installiere ich es, äh, installiere ich das halt, bis ich das Spiel durch habe. Und wenn ich es durch habe, dann kommt das einfach vom Rechner und fertig ist. Nicht, äh, äh, zufrieden mit der Geschichte, sag ich mal. So kann ich damit leben, ne? Ich meine, wenn, wenn es einem gefallen sollte, was ich normalerweise, also was normalerweise einfach nicht der Fall ist, kann man es immer noch behalten. Ähm, was ich aber wirklich blöd finde, ist dieser Zwang, das immer zu benutzen. Und dann ist echt das Dumme, wenn diese Programme dann eben nicht funktionieren und dich am Spielen des Spiels hindern, was bringen diese verdammten Programme dann? Und wieso reagiert man dann nicht sofort und sagt, ja komm, dann machen wir jetzt erstmal einen kurzen Patch, der einfach, äh, das Programm so lange disabelt, bis es wieder funktioniert. Ich meine, es kann ja eigentlich nicht sein, dass man Leuten irgendwas aufzwingt, was nicht funktioniert und was einem dann auch noch daran hindert, das zu nutzen, was man überhaupt haben wollte. Ich meine, man bekommt hier quasi ein Doppelpack, wo leider ein Teil ein großer Club Felsen ist, sie nicht haben will, sie steht hier im Weg herum. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, eine Schweinerei, finde ich. Muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, dass man natürlich Steam-Konkurrenz machen, äh, äh, will und das ist auch sicherlich ganz sinnvoll so. Möchte ich auch gar nicht anders behaupten. Steam hat sicherlich auch so seine Macken und das auch sicherlich, äh, zuhauf bei den ganzen Usern, die es natürlich dort gibt. Aber trotzdem, ich bin nur ganz ehrlich, dieses System mit diesen ganzen, so vielen Plattformen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Weiß ich auch nicht, ob jetzt jeder unbedingt sowas haben muss. Das ist, äh, ja, weiß ich nicht, halt ich für unnötig, wie gesagt. Ähm, wäre ich lieber nur bei Steam geblieben oder noch besser bei gar keinem von diesen Dingern, weil eigentlich bringen die einem ja nicht so viel. Gut, dass dieser Cloud-Synchronisierung, muss man sagen, ist super. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Andererseits müssen diese Programme dann auch wieder immer mitlaufen, ne? Das ist natürlich auch wieder so ein Nachteil, wenn man auch einfach mal immer bedenken muss, wenn man sowas aufzwingt. Ich frage mich gerade, ob ich das hier irgendwie schneller machen kann. Weil mir das gerade echt zu lange geht. So. Der König ist tot. Wir bänden das jetzt mal vorzeitig, weil ich kann jetzt hier nicht mehr eine halbe Ewigkeit aufnehmen. Tut mir leid für die Credits. Ist jetzt leider mal so. So. Argan ist tot. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Ich, ich kann nicht glauben, dass wir gewonnen haben. AJ, hast du herausgefunden, wo Lakshmana ist? Ich hab es gefunden. Meine Mom hat nun ihren Frieden. Okay, AJ. Lass dir Zeit. Wir brauchen dich beim Wiederaufbau, aber das kann warten. Du hast dir eine Pause verdient. Wir, ich, stehe in deiner Schuld. Danke. Natürlich. Kein Problem für uns. Alter Vater, ey. Das war echt, äh, Hammer Sache. Irgendwie passiert gerade nichts. Bin ich gerade weniger gut? Gibt es hier keine GUI, oder soll das so sein? Ach, jetzt ist die GUI da. War wahrscheinlich einfach nur ein Fehler. Kleiner Bug, so zum Abschluss kann man natürlich auch nochmal finden. So, einmal hier ein bisschen Munition aufgefüllt. Da liegt doch irgendwas. Was ist denn das? Oh nein. Nein, das war die Pfeife. Nein. Oh Gott. Huch, da ist mir Far Cry abgeschmiert. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschüss.